Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen heute zeige, wie Sie beim Kauf Ihrem nächsten Plotter bis zu 450 Franken sparen können? Ich bin Stefanie Losenecker von der Plotter-Technik und in den nächsten Minuten verrate ich Ihnen, wie der richtige Plotter Ihr Unternehmen verändern kann. Zwischen dem Canon TM340 für 1'400 Franken und dem HP Designscher T630 für 2'000 Franken liegen die Welten. Aber ist billiger auch wirklich besser? Das Ergebnis hat mich selber auch überrascht und ist nicht wie erwartet gewesen. Beim Canon haben wir 59 kg solide und stabile Bauweise. Beim HP haben wir 35 kg. Das ist einfach schon ein Unterschied in der Qualität, den man schon ganz offensichtlich sehen kann. Der Canon bietet mit seinem 4,3 Zoll Display und verstellbarer Winkelfunktion einen riesigen Vorteil gegenüber HP. Jetzt wird es spannend. Es geht ums Geld. HP gibt Ihnen bei den Farben nur 29 ml Tinte, während Canon bis zu 300 ml bietet. Das ist wie ein Sportwagen mit Minitank vs. ein Luxusauto mit Langstreckerreichweite. Durch unabhängige Tests ist bewiesen, mit Canon sparen Sie bis zu 44% im Verbrauch. Das heisst, mit Canon können Sie fast die Hälfte der Tintenköste einsparen. Aber jetzt kommt es. Schon beim Kauf schenkt Ihnen Canon praktisch einen Zusatzgewinn. HP liefert Ihnen mit dem Tintenstarten-Kit knapp 74 ml und beim Canon TM340 haben Sie volle 300 ml. Das gibt eine Ersparnis von 244 Franken. Beim Canon TM350 gibt es sogar volle 490 ml, was eine Ersparnis von 448 Franken macht. Das ist sozusagen ein Sofortrabatt, den Ihnen niemand mehr nehmen kann. Sehen Sie den Unterschied? Canon verarbeitet mit doppeltem Arbeitsspiegel die komplexen PDF-Pläne wie ein Profiathlet, wo hingegen HP wie ein Hobbysportler wirkt. Kennen Sie die Frustration des ständigen Rollenwechsels? Canon befreit Sie davon mit 100 Laufmeter Rollenkapazität gegenüber mageren 50 Laufmeter von HP. Sie sparen sich damit einiges an die Zeit, weil Sie nur halb so viel Rollen wechseln müssen. Das ist kein Trick. Das ist Canon Pigment-Tinte. Spritzwasser fest und bis zu 38% Farbintensiver auf Standardpapier. Und das Beste, Ihre Ausdrücke verblassen kaum. Ihre Arbeit bleibt jahrelang erhalten und brillant. Ich arbeite seit knapp 15 Jahren mit Plotten zusammen und nie war die Entscheidung so klar oder so einfach. Canon bietet nicht nur bessere Wirtschaftlichkeit, sondern auch Qualität, die begeistert und Zeit spart, die Sie so für Wichtigeres nutzen können. Lassen Sie uns gemeinsam die richtige Lösung für Sie finden. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und verspreche Ihnen, nach unserem Gespräch werden Sie Plotter mit anderen Augen sehen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und verspreche Ihnen.